Ja, von dir wollen wir ein bisschen Attacke jetzt, ja? Ein bisschen Power. Und auch in diesem Part, Sanji war unfassbar zurückhaltend und instrumentiert auf dem Song. Dieser Song hat ganz, ganz viele Rap-Carts, aber auch ganz viele Gesangsparts. Die Sänger müssen Rap-Carts auswendig kennen und der Rapper muss sehr, sehr viel singen. Heißt natürlich eigentlich für alle drei doppelte Arbeit. Das muss auf jeden Fall, dass wir in den nächsten 8, 40 Stunden krass, krass sitzen. Einfach üben, 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 üben. Einfach den Song rein, üben, erst wenn ihr den nicht mehr erinnern könnt, dann könnt ihr eben richtig. Jetzt gerade kann ich doch nicht sagen, wer hier weiterkommt, weil alle drei haben mich zu kämpfen. Ich glaube, die Herausforderung an dem Song ist für uns alle drei, dass es nicht so hundertprozentig unser Stil ist. Ich habe Angst, dass es den Text hat, dass ich keinen Schlüssel, dass es ein bisschen stressig fühlen kann. Also der Druck ist sehr hoch, aber das führt nicht als vor... ...